Ja, so rassistisch kann ich nicht sein, weil ich ab und zu afrikanisch esse. Ja, hallo, der Horstie. Ich bin verheiratet. Ja, dann vergiss es. Ja, vergiss es. Ja. Hä? Ich verzichte. Ja, aber ich kann mich ja nicht einfach so sitzen lassen hier. Ja, ich verzichte. Das war's. Ja, aber wir können es ja nochmal versuchen. Ähm, meine Schönheit sollte man erst einen Augenblick erkennen, ne? Und ein dämliches Grenzen kannst du dir, wo wir sind, so hinstecken. Ja, also Frau Bundeskanzlerin, haben Sie es mal mit dem Spahn versucht? Äh, ja, hab ich, aber der ist ein Robo. Macht mal einen Platz, hier kommt der Chef. So, hier gestorben oder wo? Ja, genau vor deinen Augen. Ja, ganz ruhig, ja. So, jetzt etwas hinlegen oder sowas. Wie wär's mit Blumenstrauß? Ja, mach mal. Ja, also, nimm mal hier den Dreck. Nimm mal. Ähm. Äh, äh, so, Solidarität mit euch. Äh, rest in peace, liebe Tote. So. Sag mal, der soll mal was hinlegen. Leg mal was da hin, ja. Äh, 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 ich bete jetzt. Äh, ey, 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 du bist doch kein Moslem, oder? Ne, Juden eigentlich. Ja. Hm. Rest in peace, wir vermissen euch. Ja, schrecklich, ja. Ja, wir gehen jetzt. Ja, so, vielleicht danach einen Döner oder so. Hätte ich jetzt Bock drauf. Ja, was sagen Sie eigentlich jetzt zu dem Anschlag? Haben Sie da keine Bedauern? Nö, halt's Maul.